Bruder, was sind das für Lobbys heute hier? Hast du irgendwelche Drogen genommen, Adlerkopf? Äh, die Frage ist, bist du echt der echte Monte, Mann? Welcher Monte? Ja, hier der, äh, der Streamer hier. Auf YouTube oder auf Twitch. Montana Black oder nicht? Nee, den kenn ich nicht, Mann. Elf mal elf? Bei mir ist es auch vorbei, Bruder. Elf mal elf? Also nur noch am Quarzen halt, Zigaretten, weißt du? Elf mal elf? Ah. Was denn elf mal elf? Hm. Er rechnet grad mit Fingern. Jo, Adlerkopf, bist du noch da, oder was? Ja. Elf mal elf? 121. 8 mal 8? 64.